Hallo liebe Challenge-Freunde zur Auflösung der zweiten Crispy LP Challenge Games und zwar war es die Shotgun Challenge mit der Spass 12. Insgesamt haben sechs Teilnehmer mitgemacht, das hat mich wirklich super gefreut, dass ihr euch diese Zeit genommen habt und hoffentlich auch ein ganz ganz kleines wenig Spaß daran hattet, bei dieser Challenge mitzumachen, auch wenn es diese unglaublich schreckliche Waffe war, ich weiß, ich habe es ja selber bei meiner eigenen Challenge gesehen und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei euch entschuldigen, es tut mir ja so leid. Hätte ich im Voraus gewusst, dass die Spass so schrecklich ist, hätte ich das sicherlich nicht gemacht. Ich wollte einfach eine Waffe nehmen, mit der man nicht den ganzen Tag spielt, sprich möglichst eine Waffe nehmen, die jetzt nicht unbedingt die Standardwaffe von irgendjemandem ist, dass man zumindest in der Hinsicht, dass man eine ungewöhnliche Waffe, eine neue Waffe für jemanden nimmt, dass wir in der Hinsicht ein Stück weit gleich sind, obwohl, wenn man Skill hat, dann hat man einfach Skill. Ich werde jetzt alle Teilnehmer in einer willkürlichen Reihenfolge vorstellen und deren Beitrag hier natürlich auch kurz einspielen und ihr könnt dann ganz logisch, ihr seht es ja, auf den Link klicken, wo das Video bzw. dann der Kanal von dem entsprechenden YouTuber zu finden ist. Anfangen möchte ich mit Grazer LPR. Er hat sein Video nachkommentiert und anscheinend hast du das noch nicht so häufig gemacht. Ich fand deinen Stil aber richtig gut und würde dir empfehlen, an dieser Stelle das noch häufiger zu machen, denn das hat durchaus Potenzial, so wie du das machst. Du hast 5 Kills geschafft, naja, ob du damit gewonnen hast, das werden wir noch sehen, und du hast eine neue Hasswaffe. Ja, bitteschön dafür, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich werde auch vorerst mal nicht mehr mit der Spass 12 spielen. So, schauen wir mal kurz rein. Mal schauen, wie ich mich hier schlage. Erster Kill, cool. Zweiter Kill, gleich hinten dran. Wenn ihr das ganze Video anschauen wollt, dann geht doch einfach auf den Link und schaut euch auch mal seinen Kanal an. Der nächste, der mitgemacht hat, ist TheQuasi oder TheQuasi21. Er hat gleich 3 Versuche online gestellt, nur einer wäre ja auch zu wenig. Insgesamt hat er 7 Kills, dann 8 Kills und nochmal 6 Kills gemacht. Und zwar hat er zweimal auf dem PC gespielt und einmal auf der Xbox, was ich auch sehr interessant fand. Es war ja einem total freigestellt, wo man spielt. Man hätte es auch im Sandkasten spielen können, wenn es da eine Battlefield-Version für gegeben hätte. Man hätte es auch dort üben können. Jedenfalls, seine 8 Kills hat er, ja, er hat es selber als Campen bezeichnet. Fand ich sehr interessant, die Technik. Zumal du auch beim Rumrennen mit 7 Kills ziemlich weit vorne liegst. Wie die 6 Kills auf der Xbox einzuschätzen sind, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Ich selber spiele ja nicht auf der Xbox. Aber ich denke mal, dass auch das keine so schlechte Leistung ist mit dieser Waffe. Und wir schauen natürlich auch mal kurz in dein Video rein. Vielen Dank für deinen Beitrag. Und wenn ihr sein gesamtes Video anschauen wollt, was ihr unbedingt tun solltet, dann klickt hier auf seinen Link. Der nächste in der Reihe ist Softshark98. Er hat ebenfalls ein kommentiertes Video, beziehungsweise ein nachkommentiertes Video abgeliefert. Und ich muss sagen, auch sein Kommentierstil hat mir sehr gefallen. Der hat eine lockere Art und kann ziemlich flüssig reden. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Schaut mal bei ihm vorbei. In der Anzahl der Kills hingegen kann man in seinem Fall durchaus noch Luft nach oben vermuten, denn er hat nur 4 Kills geschafft. Wir schauen auch mal in sein Video rein. Übrigens, nein, den haben wir leider nicht. Da kommt noch einer, dann gehen wir lieber mal hier hinten hin. Vielen Dank für dieses Video. Wenn ihr sein Video anschauen wollt, klickt auf den Link. Der nächste Teilnehmer ist Noodleplay07. Glückwunsch für den Namen an dieser Stelle schon mal. Du hast zwei Videos eingeliefert und eines war davon kommentiert und eines war unkommentiert. Ich nehme jetzt mal nur das, das mehr Kills im Video hat, denn das war ja nun mal auch die Aufgabe davon. Das ist aber zufälligerweise auch das Kommentierte und darauf möchte ich bei dir auch noch kurz eingehen. Du hast im ersten Video gesagt, nee, ich will das nicht kommentieren, weil die Deutschen verstehen mich nicht. Dazu muss man sagen, du bist Schweizer und hast natürlich einen Schweizer Akzent drauf. Was ich persönlich ganz nett finde und solange man nicht überhaupt kein Wort versteht, wie man es jetzt zum Beispiel bei Chinesisch bei mir der Fall wäre, dann finde ich das durchaus charmant und stört überhaupt nicht. Und im Grunde gibt es keinen Grund, dich zu haten, weil man dich nicht versteht. Ich meine, das ist einfach ein bisschen eine andere Sprache. Ich finde, du solltest das immer so machen, denn du machst das ziemlich gut mit dem Kommentieren und ich habe sogar alles verstanden. Also in meinem Fall war das vollkommen in Ordnung. Du hast sieben Kills erreicht, das ist auch eine ziemlich ordentliche Leistung. Eins weniger als The Crazy 21. Aber ich bin positiv überrascht. Das hat einen ganz guten Eindruck gemacht, wie du deine Gegend rumgeballert hast. Wir schauen natürlich auch kurz in dein Video hinein. Und jetzt bin ich recht nervös hier, weil ich schon mehrmals fünfe nacheinander geschafft habe. Aber nie mehr und jetzt habe ich gedacht, vielleicht schaffe ich mehr. Und ich möchte mich bei dir bedanken, dass du teilgenommen hast. Hoffentlich machst du mal wieder mit. Das ist wirklich ein schöner Beitrag gewesen von dir. Der nächste Teilnehmer ist X's Game Stuff XX. Er hat eine Anmoderation gemacht und hat dann das Video mit Musik hinterlegt und hat insgesamt fünf Kills geschafft. Das ist, ich würde mal sagen, gutes Mittelfeld. Und wie er im Video auch betont, er hat ewig dafür gebraucht, fünf Kills am Stück zu schaffen. Ich kann dir verraten, das ging mir ganz genauso. Ich habe auch, naja, mit der Shotgun so meine Probleme gehabt. Zumal ich überhaupt kein Shotgun-Liebhaber bin. Also man kann zumindest mir nicht nachsagen, ich hätte hier eine Waffe genommen, die ich selber mag. Das ganz sicher nicht. Wir schauen natürlich auch mal in dein Video rein. Und wenn ihr das ganze Video sehen wollt, dann klickt einfach auf den Link. Dort findet ihr das Video auf seinem Kanal. Lohnt sich immer dort mal vorbeizuschauen und zum Beispiel die anderen Battlefield-Videos anzuschauen. Vielen Dank auch an dich, Max, dass du teilgenommen hast. Der nächste Teilnehmer ist Patolajar. Ja, ich hoffe mal, ich habe den Namen an dieser Stelle richtig ausgesprochen. Er ist nicht ganz einfach. Ich bräuchte dafür mal eine Anleitung oder eine Lautschrift. Er hat sein Video anmoderiert und kommentiert, was ich sehr gelungen finde. Und hier hatte ich selbst einen kurzen Gastauftritt. Wer den sehen will, schaut euch das Video an unter dem Link hier im Video eingeblendet. Er hat insgesamt acht Kills auf die Beine gestellt, was ich ebenfalls hier sehr honorieren möchte. Das ist eine sehr, sehr gute Leistung. Ich weiß, wovon ich spreche. Und wir schauen einmal in sein Video hinein. Kill Nummer zwei. Kill Nummer drei. Wer das ganze Video anschauen möchte, klickt einfach hier auf das Video oder dann auf den Link auf seinen Namen. Patolajar. Sehr gutes Video. Sehr gelungen. Das waren also die Teilnehmer. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle, dass ihr mitgemacht habt. Aber es ging ja hier um eine Challenge. Chris, wer hat eigentlich gewonnen? Nun, ihr wisst das ja jetzt quasi schon selber, wenn man sich nur die reinen Kill-Statistik anschaut, dann hat wohl The Crazy 21 und Patolajar gewonnen. Und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich habe ja aber auch schon mal beim Infovideo gesagt über diese Challenge, dass es nicht nur den Gewinner gibt, der die Hauptaufgabe am besten erlöst, sondern ich picke mir auch immer noch ein, zwei Videos heraus, die mir außerhalb der normalen Aufgabe besonders gefallen haben. Und da möchte ich diese Woche einmal diese zwei folgenden YouTuber-Bim anmerken. Und zwar zum einen hat mir SoftShark98 gefallen. Er hat wirklich einen schönen Kommentarstil und ich werde auch häufiger noch bei ihm reinschauen, denn das hat mir durchaus gefallen. Vielleicht gefällt er euch auch. Schaut mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Und der zweite ist Noodleplay07. Er hat mit seinem Schweizer Akzent gut zugegeben. Ich mag Schweizer Akzent. Deshalb werde ich wohl auch bei ihm noch das ein oder andere Mal vorbeischauen. Und vielen Dank auch euch zwei für eure Teilnahme. Natürlich fand ich aber auch alle anderen Videos überhaupt alles toll, was ihr angeliefert habt. Allein schon deshalb, weil ihr mitgemacht habt. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich kann mich gar nicht häufig genug bei euch dafür bedanken. Ich würde mich natürlich super, super freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, denn es wird eine nächste Challenge geben. Ich weiß noch nicht, was es für eine Challenge sein wird. Ich kann aber schon mal so viel sagen, dass ihr das unter Umständen mitbestimmen könnt. Und zwar könnt ihr unter dieses Video einfach mal reinschreiben, was ihr für eine sinnvolle Challenge haltet. Und ich kann schon vorwegnehmen, ich glaube, mit einer C4 Challenge werden wir alle auch nicht so sonderlich glücklich, denn das stelle ich mir sogar noch schwieriger vor als eine Shotgun Challenge und Messern. Naja, ich weiß nicht, aber ich glaube, mehr passiert damit dann auch nicht. Ich bin gespannt, was eure Lieblings-Challenge sein wird. Schreibt es in die Kommentare und vielleicht auch einfach euer Lieblings-Setup, wo ihr mit so richtig abgeht. Das würde mich natürlich auch super interessieren. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Zuschauer, klickt euch durch die Kommentare durch, nicht durch die Kommentare, durch die Links zu den einzelnen Kanälen, denn da sind richtig schöne Kanäle dabei, die noch relativ unbekannt sind und durchaus ein bisschen Aufmerksamkeit verdient hätten. Ich freue mich schon richtig auf die nächste Challenge und bin gespannt, was es sein wird. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und eine schöne Woche. Euer Chris. Ciao.